So meine Freunde und wieder zurück bei einer neuen Folge von Fortnite und heute mal mit einer nicht seltsamen Kombi, ja Ähm, da ich ja das gerade am Stück hier aufnehme, ja, bin ich sehr gespannt auf die, ähm, Reaktion vom letzten Video, ja, mit Drachensquatch und der Rattenkönig Heute mal keine, ähm, seltsame Kombi, sondern heute mal eine wirklich sehr passende Kombi Und zwar nehme ich als primären Held mein Ranger Deadeye, den ich, ähm, extrem lange vergöttert habe Aber wirklich extrem lange und der ist auch immer noch gut Ja, das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie schlecht ist oder sonst so, was Ähm, ich habe ihn sehr, sehr lange gespielt mit meiner Pistole Wo dann auch viele immer in den Kommentaren geschrieben haben, warum bist du eine Pistole als Hauptwaffe, ähm, a la bala oder so, weißt du Ähm, bin dann auch irgendwann dann auf Sturmgewehre und sowas umgestiegen, aber ich habe extrem lange Pistole gespielt Und meine Pistole war auch die allererste Waffe, die ich komplett auf, ähm, legendäre Stats und auf 106 hatte, also auf Schattensplitter Ja, und ich wünsche ihn einfach mal wieder auspacken, ja Ähm, wir nehmen heute den Ranger Deadeye als Unterstützeeinheit und habe ich hier den Sternbanner AC Ja, der erhöht den kritischen Trefferschaden von Pistolen um 70%, ja Und dann nehmen wir noch den Shamrock Streiter Und zwar, ähm, mein Teddy hat jetzt, äh, Laser Augen Ja, er macht jetzt, ähm, 22 Grundenergieschaden Der Teddy Ähm, was auch extrem stark ist So, jetzt suchen wir uns nur noch eine schöne Mission aus Guck mal, über ein Schloss vor Ich habe anscheinend das Level noch nicht Naja, ich hasse diesen Back Guck mal, so, jetzt geht's wieder Gut Ähm Was ist denn das hier für eine Mission? Treibstoff für die Hä? 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 Jetzt bin ich aber gerade echt überrascht Ja, ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes machen Was ist denn das hier für eine Mission? Treibstoff für die Heimatbasis Ist nicht meine tägliche Aufgabe Ey, das ist ja eine richtig coole Aufgabe hier Kämpfe um den Sturmkategorien 2, 3 und 4 Okay Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was das für eine Mission ist Aber ich würde sie einfach mal gerne spielen Aber die Mission gibt es gerade hier nirgends wo anders irgendwo Noch hier unten nochmal Okay Ist das eine neue Mission? Von der ich noch nichts weiß Ich habe doch Patchnots erst gelesen Ich habe doch die Patchnots erst gelesen Jetzt bin ich gerade gespannt Ähm Missionsinfo Blue-Blue-Vorgang ausspüren Sauggeber platzieren Tanks einsammeln Offene Ebenen Ähm Bereit für neu bearbeiten Ich würde Pass auf Ich würde die Mission Ich gerade gerne spielen Aber nicht alleine Ähm Ich würde Einen kleinen Cut setzen Bis ein paar Leute mit in der Mission sind So machen wir das am besten Glaube ich Na? Juti, bis gleich So, und wieder zurück Ja, und wieder zurück So, es hat sich bisher noch keiner gemeldet Und ich würde das trotzdem gerne mal ausprobieren Auch wenn es, äh, fehlschlägt Ja, äh, da mache ich mir ja nicht so viel draus Ähm Ich habe jetzt drei Verteidiger einfach aufgestellt Ja, im Gegenzug, äh, dass jetzt hier gerade keiner dabei ist Und ich würde es im Blue-Blue-Sauggeber einfach mal aktivieren Man muss das anscheinend dreimal machen Wenn ich das richtig sehe Und dreimal musst du den auch dreimal verteidigen Ja, so Das heißt, wir können hier eine ganz ordentliche Was? Was? Hat hier irgendwo eine Hexe noch draufgeschossen, oder was? So, machen wir halt noch eine Wand hier ran So, jetzt haben wir einen Teddy als Unterstützung Na, beruhige dich Oh, hat das gerade die Ruckel Na, äh Äh, Tanks benötigt für Bronze Sechs Was heißt, ein Tanks benötigt für Bronze Keine Ahnung Aber eine Mission würde ich auf jeden Fall noch machen Warum hat das den gerade so extrem stark geruckelt? Ähm Ja Attacke Wir haben ja in Notfall auch noch unsere Drohnen und unseren Teddybär So, kommen wir hier den Teddybär Oh, und eine Drohne würde ich hier gleich zünden So, jetzt können wir schön mit verteidigen Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen Das sieht erst mal an sich ganz gut aus Ist das dein Ernst? Ja, naja, doch, schon Warte mal Ah, ich hab mein Teddy noch nicht rettich Warte mal, dann muss ich hier eine Drohne zünden, damit die mitge... Oh, oh So, gut Riskiere alles, um einen Dritten zu bekommen Ich brauche insgesamt sechs her Gut, ich werde die Mission wahrscheinlich eh nicht schaffen Weil ich echt alleine gerade bin Und ich habe nur noch elf Minuten Und ich spiele die Mission zum allerersten Mal Und, äh, das muss ich so viel ausreden hier, finde Äh, ne, aufwerten wollte ich es eigentlich nicht, okay Ähm Geh mal da bitte Geh mal da bitte nicht runter So, genau Ja So Komm, wir probieren es einfach nochmal Wenn es nicht klappt, ja, dann klappt es halt nicht Ich würde es aber trotzdem einfach nur gerne mal probieren Oh, die explodieren auch gleich Muss ich mal auf die Seite aufpassen Nein, brauchst du gerade nicht Brauchst du gerade nicht Brauchst du gerade nicht Irgendwo ist hier was Großes, glaube ich Ach da Komm, sieh schneller Gut, repariert haben wir es wieder Okay Nein Alles gut Guck mal, eine Sekunde noch Jetzt haben wir es geschafft So Ah, haben wir jetzt komplett Fertig gekriegt, ja Wir können ja quasi auch nicht mehr aktivieren Sondern wir können ihn nur noch einsammeln So Ähm Ach so, jetzt habe ich drei von sechs Ah, jetzt heißt es verstanden Ähm Ein anderer wäre hier vorne Läge zum Einschalten des Saughebers den Schalter um Aber mach dich auf Besucher gepasst Ja Mach ich Okay, dann bräuchte ich das einfach dasselbe Dasselbe Ding nochmal bauen Wie ich es den gerade schon hatte Das sollte ich auch von der Zeit her Dann habe ich doch mal hier ran Äh, das sollte ich auch von der Zeit her gut schaffen So, dann müsste ich jetzt hier nur, äh Hier eine Tür rein machen Damit ich hier reinkomme Und, äh, damit ich hier durchkomme Da eine ran machen, ja So Ähm Mache ich das so einfach Und so, falls ich mal zurück möchte Und hier kann ich noch so machen Und, ähm Hier würde ich eingucken So komme ich nämlich hier rüber Und so Muss ich nur schon mal langsam aufwerten Dann schaffe ich es echt nicht von der Zeit her So Decke drauf So, jetzt muss ich nur gucken Ähm Und da können sie da unten kommen Aber ich glaube hier wird die breite Masse kommen Das heißt, äh Zack, 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 zack Ich schaffe das, ich schaffe das Ich gebe mir jetzt Mühe Einen muss ich noch herstellen, so So Ja Ah, schon fertig gebaut, ja Ähm Genau, bestätigen Doch Ja So Die Seite ist fertig Wie bin ich hier eigentlich hier gerade hochgekommen Achso, ich bin ja von drinnen hochgegangen, ja Aha Aha, das habe ich mir jetzt zugebaut selber Hehehe Äh, mache ich das Huch So mache ich mir das einfach So, denn, ähm Bestätigen Bestätigen Wie viel Schuss hast du noch? 400 sollte reichen, hoffe ich So, äh Na toll Jetzt hoffe ich, jetzt habe ich die hier vorne nicht weggenommen Doch, habe ich Ahaha Ne Rechte ich nicht Sind jetzt hier drei? Warte mal Schauschütze Schläger Schauschütze Okay, passt Ich habe gedacht, jetzt habe ich mich schon wieder verguckt So Ja, viele Festungen Äh, pass auf, ich würde einfach das erste Ding schon mal aktivieren Und ich weiß nicht, sonst werden wir es vielleicht nicht schaffen Was machst denn du hier drinnen? Geh mal wieder bitte raus Wie kommst du überhaupt hier rein? So Äh Seit wann können die durch Türen gehen jetzt? Ey, ich werde immer Ich werde immer bescheuert Seit wann können die jetzt durch Türen gehen? So Zack, 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 zack Ich passe ja schon auf, dass du nicht überrannt wirst So 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 So, noch 17 Sekunden Sieht noch interessant und spannend und aus Äh Ne, das geht eigentlich noch Ja Oh 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 So So Ich glaub, jetzt müssen wir uns nämlich schon beihillen Lass uns von hier verschwinden Einsatzbereit Ah Die können sich jetzt auch hin und her selber porten Was ist das denn für eine kacke kacke Ja Vielleicht Ich sag nicht, jetzt ist mir die weggegangen Äh, herrschen Ich muss mal ganz kurz hier meine Drohne zünden Äh Mein Verteidiger ist nämlich weg So, den brauch ich nämlich hier Oh, das ist cool, dass die durch Türen gehen können mittlerweile Finde ich extrem nice Und dass die sich selber wieder zurück porten Und wieder auf ihre Anfangsposition Hingehen können So, ich repariere nochmal ganz kurz Ja, naja, doch Huch Wir wollen grad ein Leck Das ist extremst geil So, Drohne haben wir fertig Dings haben wir fertig Attacke Angriffstechnologie So So So, da ist uns aber immer der Humboldt Lassen wir mal die Drohne raus So So Wir haben auch gleich geschafft Cool Das erste Mal diese Mission geschafft Also Den haben wir ja unsere 6 von 6 Punkte Um Bronze zu erreichen Ja 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 Nice Mal sehen, ob wir noch einen finden Ähm Tanks benötigt für Silber Ja Ich wüsste auch noch, wo einer ist Aber den werde ich jetzt nicht mehr schaffen In 2 Minuten Ja Coole Kacke Ey, aber echt Hammer, geil Cool Die Mission gefällt mir sogar Die gefällt mir sogar richtig gut Juti, pass mal auf Ähm Damit ihr jetzt die 2 Minuten hier nicht vertrödeln müsst Oder sowas Würde ich an dieser Stelle einen kleinen Cut machen Also ich werde jetzt nichts mehr machen Das einzige, was ich vielleicht noch mache ist Äh Formen Oder vielleicht finde ich noch einen Teddybär hier Weißt du, für meine tägliche Mission oder so Keine Ahnung Ähm Ich würde euch aber auf jeden Fall gleich wieder mit einschalten Wenn die Missionsbelohnung dran ist Ja, weil das würde ich schon gerne sehen Wie hoch das ungefähr ist Wenn man gerade das auch noch alleine spielt Ähm Juti Also bis gleich, ja So Wir sind wieder zurück in der Runde Also kurz vor Ende Guckt mal, wie viele ich noch gefunden habe Wie viele Ausrufezeichen da noch sind Ja Das sind so viele Ausrufezeichen Höchstwahrscheinlich könntest du sogar sagen Ich mache jeden Saug hier immer nur ein einziges Mal Sammle quasi immer nur einen einzigen Punkt davon ab Und äh Die Mission würdet ihr trotzdem ganz ohne Probleme schaffen Also man hätte das jetzt nicht so machen müssen wie ich Äh Dass ich das Ding dreimal verteidige Sondern hätte wahrscheinlich überall einmal auch gereicht Und dann hättest du nicht so viel aufbauen müssen Und Verteidiger machen müssen Aber gut Ich wollte das gerne mal testen Mal herausfinden Ja selber herausfinden Finde ich immer am besten Ähm So Jetzt gucken wir uns mal noch die Belohnungen an Ja Cool Alleine eine 94er Zone Alleine Äh Und äh Dennoch eine komplett neue Mission Die ich so an sich noch nicht kannte Also das Prinzip Na ja mit den Saughebern ist klar Ist bekannt Aber die Mission an sich kannte ich noch gar nicht Muss ich ganz ehrlich sagen So Belohnung Ja gut Beutel Level 3 nur Was heißt nur Ja Ähm 34 Epische Ähm 12.000 Dust Und 113 Dust Ist jetzt nicht so der Burner Gut Ja da hätte man mehr rausholen können Aber alleine Dafür bin ich aber sehr zufrieden Muss ich ganz ehrlich sagen Juti Ähm Ich würde sagen Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder Und bis dahin Haut rein Tschuu Musik 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 Musik